Herzlich willkommen bei der heutigen Einheit deiner aktiven Pause. Gleich zeige ich dir, wie du Verspannungen verhindern und mit welchen Übungen du den gesamten Schulternackenbereich entlasten kannst. Falls du öfter unter Spannungskopfschmerzen leidest, baue diese Bewegungen unbedingt in deinen Alltag ein. Starten wir mit dem Schulteröffner. Suche dir einen stabilen und aufrechten Stand. Verschränke deine Finger hinter deinem Rücken miteinander, zieh den Bauchnabel ein und kipp dein Back nach vorne. Atme tief ein und mit der Ausatmung streckst du deine Arme so weit wie möglich nach oben Richtung Decke. Lass uns starten. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins und langsam auflösen. Kreis deine Schultern, atme tief ein und aus. Merkst du die Öffnung in deiner Schulter und in deiner Brust? Trink gerne einen Schluck Wasser. Versuche während der gesamten Übung deine Schultern tief und weit weg von den Ohren zu lassen. Versuche außerdem dein Becken nach vorne zu kippen. Wir starten in zehn Sekunden die nächste Runde. Komm in deine Ausgangsposition. Lass die Beine leicht gebeugt. Verschränke deine Finger hinter deinem Rücken miteinander. Atme tief ein, zieh dich nach oben in die Länge, schaff Weite. Und ausatmend heb deine Arme so weit du kannst nach oben an. Der Blick geht nach diagonal oben. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins und langsam auflösen. Lockern, lockern, tief durchatmen, Schultern kreisen. Gerne auch mal nach oben zu den Ohren ziehen und fallen lassen. Trink einen Schluck Wasser und genieße die Weite, die gerade in deinen Muskeln entstanden ist. Lass uns jetzt mit der zweiten Übung weitermachen. So kommen wir langsam rein und erweitern deine Sammlung an Übungen. Starten wir mit den Kniebeugen. Öffne deine Beine circa Schulter bis Hüfte schmal. Setz dich mit der Einatmung so tief wie es für dich möglich ist und so dass du deine Fersen komplett auf den Boden halten kannst. Ausatmend steh nach oben auf und streck dein Gesäß nach vorne. Einatmend setz dich tief, der Bauch ist fest, der Oberkörper aufrecht. Ausatmend steh nach vorne auf und spann dein Gesäß maximal an. Einatmend tief, ausatmend hoch. Einatmend tief, ausatmend hoch. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Schafft's. Beine lockern, tief durchatmen und trink gerne noch mal einen kleinen Schluck Wasser. Denk an deine Körperspannung und denk dran, dass jeder Körper unterschiedlich mobil ist. Das heißt, du gehst wirklich nur so weit nach unten, dass du deinen kompletten Fuß auf dem Boden halten kannst. Wichtig ist, dass du deine Knie nach außen schiebst. Komm in deine Ausgangsposition. Los geht's. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Yes! Und lösen. Lockern und durchatmen. Schüttel deine Beine nicht mal aus. Schüttel deine Arme aus. Mach dich locker. Trink was. Prima! Du hast die zweite Übung gut beendet. Jetzt geht es mit der nächsten Übung weiter. Starten wir mit dem dynamischen Nacken-Stretch. Suche dir hierfür eine stabile und aufrechte Position. Deine Beine sind leicht gebeugt. Aktiviere deine Körpermitte und ziehe den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Richte deinen Kopf mittig aus. Lege deinen linken Arm über deinen Rücken zur rechten Seite. Ziehe dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter und greife dir mit deiner rechten Hand dein linkes Handgelenk. Von hier aus ziehst du eine diagonale Linie. Von unten rechts nach oben links. Lass uns gemeinsam starten. Du kannst dich schüttelst. Du kannst die Schütelst du------ erstes bis. Du kannst die Schütelst du----- rechten sei, die Schütelst du oder so tun kannst. Du kannst das hier umschlenschen. Undó ist das Schütelst du----- und schüttelst du. Noch fünf, vier, noch drei, noch zwei, ein letztes Mal. Löse deine Hände und ziehe dein Kinn über dein Brustbein rüber zur linken Seite. Zieh dein linkes Ohr zu deiner linken Schulter. Lege deinen rechten Arm über deinen Rücken zur linken Seite. Greife wie mit deiner linken Hand dein rechtes Handgelegen. Zieh dein linkes Ohr zur Schulter und spür den Stretch bereits in der rechten Seite von deinem Nacken. Ziehe nun diagonale Linien von unten rechts nach oben links. Lass uns gemeinsam starten. Noch fünf. Fünf. Vier. Noch drei. Zwei. Noch eins. Löse deine Hände. Hebe deinen Kopf wieder zur Mitte an. Öffne deine Augen und kreis deine Schultern. Bleib auch hier in deinem eigenen Tempo. Versuche dein Ohr so weit wie möglich nach unten Richtung Schulter zu ziehen. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann schließe während der gesamten Bewegung gerne deine Augen, um bei dir zu bleiben und um wirklich in dich hinein zu spüren. In zehn Sekunden starten wir die nächste Runde. Richte deinen Kopf mittig aus. Lege deinen linken Arm über deinen Rücken zur rechten Seite. Greife dir mit deiner rechten Hand dein linkes Handgelenk und ziehe dein rechtes Ohr zu deiner rechten Schulter. Wir starten gemeinsam von unten links. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Ein MentorAR será 뛰unt für deren Objektivresse. Ausstattung wird die haul zu條 Churchen gesamt und brennt um alles. Triumel verha 심ern, es ist auf jeden Fall da O Tube. Noch fünf, vier, noch drei, noch zwei, letzte Wiederholung. Führ deinen Kinn zu deiner linken Schulter und kreise es rüber, löse deine Arme, zieh dein linkes Ohr zu deiner linken Schulter, lege deinen rechten Arm über deinen Rücken rüber nach links, greife dir mit deiner linken Hand dein rechtes Hand in den Kopf. Wir starten gemeinsam unten rechts, los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch fünf. Vier, drei, zwei, eins. Lüse vorsichtig deine Hände, lege deinen Kopf wieder zur Mitte an, öffne langsam blinzelnd deine Augen und nimm ganz bewusst die Weite in deinem Nacken und in deinen Schultern wahr. Atme tief durch, zieh die Schultern gerne mal nach oben und lass sie ganz kräftig fallen. Trinke einen Schluck Wasser. Die dritte Übung hast du erfolgreich absolviert. Trink einen Schluck Wasser und lass uns weitergehen zur vierten Übung. Los geht's! Starten wir mit der Übung Rückenstrecker mit Rotation. Komme dafür in einen hüftschmal geöffneten Stand. Deine Füße sind stabil und parallel zueinander. Verschränke deine Hände vor deiner Brust. Atme tief ein, zieh dich nach oben in die Länge und ausatmend beug deine Beine, setz dich tief. Bilde in deinem unteren Rücken ein geführtes Hohlkreuz. Mit der Einatmung lässt du den Oberkörper so weit sinken, wie du ihn gerade halten kannst und ausatmend hebst du den Oberkörper an und rotierst dich zur rechten Seite. Einatmend kommst du zurück zur Mitte. Wir starten gemeinsam. Atme tief ein, lass den Oberkörper sinken, ausatmend heb den Oberkörper nach links an und öffne dich. Einatmend tief, ausatmend hoch. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch drei, noch vier, noch drei, noch vier, noch drei, zwei. Ein letztes Mal, lass den Oberkörper ganz entspannt nach unten hängen, rolle dich wirbeln, wirbeln oben auf. Nimm dir deine Zeit. Wenn du oben angekommen bist, dann kreist du deine Schultern einmal, zweimal, dreimal in den Rücken. Locker sieh, trinke einen Schluck Wasser. In zehn Sekunden starten wir in die nächste Runde. Verschränke deine Arme vor deiner Brust, atme tief ein, zieh dich in die Länge, ausatmend setz dich tief. Starten gemeinsam nach rechts, atmen tief ein, Oberkörper sinken lassen, ausatmend heb den Oberkörper an, rotier dich nach rechts. Fünf. 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 Und lösen. Oberkörper hängen lassen, Kopf und Schultern ganz entspannt. und rolle dich wirbel, wirbel, oben auf und nimm dir da noch Zeit. Beide den Schultern einmal, zweimal, dreimal in den Rücken. Fünf. Nimm die Spannung raus. Das war ganz, ganz stark. Versuche deine Atmung zu beruhigen. Fünf. Wir machen gleich mit der fünften Übung weiter. Atme tief ein und aus, dann geht es gleich los. Starten wir mit der dynamischen Dehnung der Beinrückseite. Für diese Übung benötigst du entweder einen Yogablock oder ein dickes Buch, welches du aufstellen kannst. Öffne deine Füße hüftschmal und finde in dieser Übung deine Variante. Du stützt dich mit deinen Händen auf deinem Block oder auf deinem Buch ab und hebst und senkst im Wechsel eine Ferse. Lass uns gemeinsam starten. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Beide Fersen absetzen. Langsam wirbel für wirbeln. Oben aufrollen und tief durchatmen. Sehr gut. Locker deine Schultern. Schüttel gerne deine Beine aus. Und finde in dieser Variante, in dieser Übung deine Variante. jeder Körper ist unterschiedlich. Hierbei gibt es kein richtig und kein falsch. Hierbei gibt es kein gut und kein schlecht. Hebe die rechte Ferse und wir starten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Beide Fersen absetzen, die Beine leicht beugen und ganz langsam wirbeln. Nach oben aufrollen. Tief durchatmen. Schultern in den Rücken kreisen. Alles einmal durchlockern. Die Beine ausschütteln. Und trink gerne einen Schluck Wasser. Unsere Einheit haben wir nun beendet. Bleib weiterhin dran. Kontinuität ist das Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich auf die nächste Einheit mit dir.